Borowski ist aus dem Netz. Na, so dauert die, bis hier sind. Die Kieler im Club, die wurden mit der Aufklärung von Sternen aus dem Leiter der Spezialabteilung für Zeitungswahl geauftragt. Und das ist die Musik, Borowski und Brandt, an zwei Mitarbeiter der Abteilung. Beides nötig. Wir haben uns alles in Selbstmöglichkeit. Was haben wir Aufgaben bereitet? Wir feiern hauptsächlich nach Nazikram noch Kinderbauer. Und die meisten Zeit werden wir Handys ohne Festplatten ausführen. Fiegerin! Entschuldigung. Wir laufen im Programm, aber wir dürfen noch schnell klauseln. Wenn Sie wollen, kann ich Sie nach Feierabend ein paar Handwerkungen erklären. Das hat vielleicht nichts mehr ohne Bekanntversicht. Ja, das wäre toll. Das spürt mal richtig die Freude, oder? Ein Mütter und Brandt ist das ehemalige Hackerin natürlich vor dem Game-Invent. Kollege Borowski, ja, ich sag mal so, der lernt eher dazu. Die Zahlenreihe ist die Adresse einer Website. Ein Angebot für Auftragsmorgen. Ein Lebensservice. Willkommen. Sie geben uns eine Name. Wir lesen Ihnen eine laute Schieberrechte. Einer Betrug. Einlücklich. Du lese schon wirklich, dass es sein, der echt ist. Wir lesen Ihnen eine laute Schieberrechte. Wie gehört die Szen? Das können wir nicht zurückverfolgen. Bitte? Das ist ein dunkle Netz. Das ist ein dunkle Netz. Eine Wiederholung von 2016, aber so auf jeden Fall. Denn der Borowski-Dartort ist jetzt in der Schande. Wie gewohnt zu sehen und zu sehen.